Willkommen von der BelletX 2014, wo wir hier das Remote Play von Sony demonstrieren können. Heißt, wir haben hier die Playstation 4 und die ist verbunden mit dem Xperia Z3. Heißt, wir haben hier eine Display-Verbindung, der Fernseher müsste gar nicht an sein und wir können das Ganze hier wunderbar auch mit dem Controller benutzen, denn der Controller kommuniziert bei Bluetooth dann entsprechend mit der Konsole oder mit dem Smartphone. Und wie ihr sehen könnt, wir können das hier wunderschön dran machen, auch mit dem Z3 Compact Tablet geht das. Wir können hier auch einstellen, in welchem Winkel wir spielen wollen und dann können wir wirklich einfach zocken. Teilweise ruckelt es ein bisschen, was ich ein bisschen schade finde, aber ich glaube, daran wird noch gearbeitet hier. Und ich darf mich hier nicht abschießen lassen, aber wie ihr sehen könnt, es scheint ganz gut zu funktionieren hier das Spiel und schaut auch ganz okay aus. Genau. Und das war es auch schon hier mit dem kurzen Hands-On von dem Remote Play für die Sony Playstation 4. Ich habe immer zugeschaut habe von der Velle 3040. Mein Name ist Walter Stahl und bis zum nächsten Mal.